Gut Freunde, okay, ich habe etwas zu verkünden, wir sind gerade hier live im Stream für die Leute, die auf YouTube zuschauen. Wichtig, ich werde erstmal ein bisschen was dazu sagen und werde dann im Anschluss nochmal auf die Fragen drauf eingehen. Für die Leute, die auf YouTube eingestellt haben, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen, worum es geht, die Leute gerade live im Stream wissen es noch nicht. Wichtig, hört es euch bitte einmal in Ruhe an, ehe ihr vorschnell urteilt. Worum es geht, ich lese einfach kurz die Headline vor, blende euch dafür eine Webseite ein und manche Leute werden jetzt sagen, ne finde ich scheiße, manche sagen, finde ich gut, aber ich erkläre gleich ein paar Sachen dazu. Also, worum geht's? Es geht um folgendes. Warner Bros. Discovery, Expeditionen weltweit. Survival-Abenteurer Fritz Meineke bekommt eine eigene Serie auf Discovery+. Ja, Freunde, es geht ins TV, beziehungsweise nein, es geht erstmal in den Streaming-Bereich und zwar auf Discovery+. Ganz wichtig zu wissen, es geht aber auch zusätzlich damit noch ins TV, da werde ich später nochmal Infos zu geben. Und das war mir das Aller, Allerwichtigste. Nicht, dass ihr denkt, ich habe euch hier verkauft, ich habe euch verraten, natürlich nicht, denn ich habe von Anfang an gesagt, Leute, wenn das TV kommt und wir was Geiles machen, bin ich dabei. Aber ich habe Bock, das Ding auch auf YouTube irgendwie nutzen zu können und deswegen habe ich mit Discovery einen super geilen Deal bekommen, wo wir später diese ganzen Folgen in einer Short-Version, ein bisschen abgeändert, passend für YouTube, auch auf YouTube spielen werden. Das heißt, ich habe quasi eine große Zusammenarbeit mit Discovery. Wir werden ziemlich, ziemlich geile Sachen erleben in den nächsten Monaten, in den nächsten sechs Monaten. Ich bin über 50% der Zeit nur im Ausland. Die Projektplanung ist jetzt ungefähr so fünf, sechs Monate her, wo das Ganze begonnen hat. Und ja, wie gesagt, ich werde nachher noch ein paar Fragen beantworten zu dem Thema. Eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist von Anfang an, dass ihr halt Bescheid wisst. Das Ganze ist ein Projekt, was Streaming, TV und YouTube in einer Sache kombiniert, aber es geht natürlich erstmal auf Discovery Plus los. YouTube kommt später, wenn das alles durch ist und so weiter. Da habe ich dann bestimmte Möglichkeiten bekommen. Das war mir persönlich sehr wichtig. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Pressemitteilung durch. Die ist nämlich gestern Mittag rausgekommen. Ich wollte es mit euch im Stream durchlesen. Also, wie gesagt, Warner Brothers Discovery steht ganz oben drüber und das Ganze wird auf Discovery Plus laufen. Abendhörer Fritz Meinecke ab Frühjahr 2023 exklusiv auf Discovery Plus. Warum Frühjahr 2023? Wir haben ja gerade erstmal jetzt Herbst 2022. Naja, weil ich die nächsten sechs Monate komplett weltweit expeditionsmäßig unterwegs sein werde. Expedition ist natürlich ein großes Wort, aber ich glaube, für das, was wir dort machen und vorhaben, passt das schon ganz gut. Weil wir machen hier nicht ein bisschen Touren und laufen mal einen Wanderweg, sondern wir machen schon richtig geilen, kranken Scheiß. Und genau aus dem Grund habe ich auch gesagt, ey, ich habe da Bock drauf. Weil, ihr müsst wissen, ich kann natürlich viele Sachen auch irgendwie eigenständig planen und machen. Aber das, was ich dort von Discovery als Möglichkeit bekomme, zu erleben, zu machen und auch zu lernen mit Einheimischen, mit verschiedenen Ausbildungsabschnitten, im Bereich Survival, im Bereich Wilderness und was nicht alles, das kriege ich so alleine überhaupt gar nicht hin. Ich habe gar keine Möglichkeit, überhaupt das zu organisieren. Und ich habe tatsächlich, unabhängig von jetzt der ganzen TV und keine Ahnung, da habe ich einfach Bock auf diese Touren, auf diese Expeditionen an entlegene Orte dieser Welt. Und es wird krass. Ich sage nur, Schnee, Eis, Wüste, warm, kalt, nass, Meer, Dschungel, Savanne, volle Bude. So, jetzt aber weiter rein. Einzigartige Expedition, herausfordernde Destination und pures Abenteuerfeeling. Ist natürlich nicht von mir geschrieben, sondern irgendwie von Discovery. Deswegen ist das natürlich so in dritter Person irgendwie, wenn ich das vorlese. Er ist Abenteurer mit Leib und Seele. Seine Expeditionen und Touren werden von über 2,1 Millionen Fans auf YouTube begleitet. Und im vergangenen Jahr hat Fritz Meinecke sogar seine eigene Survival-Competition 7 vs. Wilde ins Leben gerufen. Und Staffel 2 kommt ab November. Wird gerade im Hintergrund sehr viel dran gearbeitet. Ab Frühjahr 2023 wird der Survival-Abenteurer, YouTuber und Autor mit seinem ersten eigenen Format exklusiv und in deutscher erster Strahlung auf dem Streaming-Dienst Discovery Plus zu sehen sein. Genau, ich finde auch, Discovery ist so ziemlich das Geilste, was ich mir vorstellen kann, was Zusammenarbeit, TV, Sender, irgendwie was angeht. Weil die natürlich für geilen Scheiß stehen, ne? Für Abenteuer, für Dokumentation, für Outdoor-Nature und so weiter. Ich glaube, da bin ich gut aufgehoben. Für Discovery Plus reist Fritz an die entlegensten Orte dieser Welt. Die Touren führen ihn dabei unter anderem in den Regenwald West Papuas. Und genau das ist das erste Ding, was wir vorhaben. Ihr habt es auf Instagram ein bisschen mitbekommen. Ich habe Sachen ausprobiert, Jungle Boots, D-Stars. Ich habe auch gesagt, es geht wieder in den Dschungel. Wir werden nach West Papua reisen. Und zwar genau statt jetzt morgen. Es ist alles gepackt und vorbereitet. Ich habe gerade die letzten Sachen nochmal ein bisschen mit Moskito-Schutz imprägniert. Mal gucken, wie lange das hält. Und das war das erste Ding. Wir werden ungefähr zweieinhalb Wochen unterwegs sein. Ich werde parallel das Ganze auch ein bisschen versuchen, mit Instagram so ein paar Sneak-Peaks zu geben. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt Empfang habe. Wenn nicht, kennt ihr das Ganze, werde ich wieder ein bisschen was machen. Und danach euch zeigen. Und das erste Ding ist Regenwald West Papua. Was wir da genau vorhaben, möchte ich noch gar nicht zu sehr spoilern. Aber es wird, glaube ich, ziemlich nice. Die Wüste Mauretaniens, Sahara, wird ein Teil sein. Vielleicht, ja, ich habe noch viel mehr Informationen, die ich euch aber noch gar nicht geben möchte. Weil ich glaube, hier kriegen wir erstmal schon genug. Aber ihr seht schon mal, wir haben Dschungel, wir haben Wüste. Und die Eis- und Gletscherwelten Grönlands. Da freue ich mich auch extrem drauf. Ich glaube, Grönland wird ziemlich hart. Vor allem habe ich das so auch noch nicht gehabt. Dschungel hatte ich schon. Wüste, naja, so ein bisschen. Eis, Gletscher, Grönland ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Da freue ich mich auch sehr drauf. Am jeweiligen Zielort wird der Abenteuer Herausforderungen antreten, denen sich bisher kaum ein Mensch gestellt hat. Ja, das ist natürlich jetzt sehr, sehr krass gesagt. Ja, also wir suchen uns natürlich irgendwelche Sachen raus, auf die ich persönlich Bock habe. Beziehungsweise, das ist ja natürlich eine Zusammenarbeit. Das heißt, wir sind generell am Recherchieren. Was kann man machen? Was gibt es für coole Destinationen? Was gibt es für Geschichten, die man irgendwie erleben kann? Wo man vielleicht nochmal wen treffen kann? Zeitzeugen, blabibblub. Ähm, genau. Bisher kaum ein Mensch gestellt, ist großes Wort. Ihr wisst, ne? Ähm, will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Ganz, ganz entspannt an die Nummer. Ich, ich stapel lieber ein bisschen tiefer, als jetzt dieses Riesenfass aufzumachen. Ähm, in den packenden Episoden macht er sich mit jeweils einer Begleitperson, einem ihm vertrauten Buddy, auf, um das scheinbar Unmögliche zu meistern. Das heißt, ich werde nicht allein unterwegs sein, sondern ich werde jeweils pro Destination, pro Land, einen Buddy dabei haben. Ähm, wer das Ganze ist. Blabliblub. Wir werden sehen. Will ich noch nicht spoilern. Wir müssen natürlich noch ein bisschen ein paar Sachen offen lassen. Ähm, bekommt ihr sicherlich in den, äh, nächsten Wochen dann mit. Es soll ja noch eine zweite Pressemitteilung geben, wo die dann announced werden. Aber ich denke, der ein oder andere kann sich schon vorstellen, wer da alles mit, äh, dabei sein könnte. Und bei Buddy meine ich natürlich einen Buddy und nicht irgendeinen Dude, den ich nicht kenne, sondern einen Buddy von mir. Ähm, wird auch mal ein anderer sein. Okay. Äh, dazu kommen Experten und einheimische Spezialisten, die die, äh, deutschen Abenteurer vor Ort mit Hintergrundwissen und hilfreichen Tipps versorgen. Und das ist eine Sache, auf die ich mich eigentlich am meisten freue. Wir werden pro Destination, wie schon geschrieben, mit Einheimischen oder auch verschiedenen Experten uns treffen. Und die werden uns in gewissen Sachen ausbilden, Sachen zeigen. Und ich werde einfach extrem viel lernen können von diesen Leuten vor Ort. Und da habe ich einfach ultra Bock drauf. Wie gesagt, unabhängig mal von TV, Kamera und sonst was, hätte ich das wahrscheinlich sogar offline gemacht, weil ich da einfach ultra Bock drauf habe. Und ich einfach die Möglichkeit habe, mein Skillset und Erfahrungen zu erweitern, die ich, die ich so nicht hätte ohne das Projekt. Könnte ich alleine nicht. Weil Discovery natürlich auch über die Jahre ein riesen Netzwerk hat und, ähm, Kontakte weltweit, was extrem cool ist. Äh, blablabla. Die gesamte Reise wird aus der persönlichen Perspektive von Fritz Meinig erzählt, um eine möglichst authentische, emotionale und spannende Atmosphäre zu vermitteln. Die Dreharbeiten starten bereits im Oktober diesen Jahres und erstrecken sich bis ins Frühjahr 2023, kurz vor Start des neuen Discovery Plus Originals. Genau. Also wichtig ist natürlich, vom Stil her, grob wird das so auch sein, wie die letzten Videos, die ich auf meinem YouTube-Kanal gemacht habe. Von der Art und Weise. Die werden bestimmt nochmal ein bisschen, äh, mehr, schön, nochmal schöner aufgebaut und so. Klar, weil es steckt ein großer Sender dahinter. Die können natürlich immer nochmal ein bisschen mehr. Ja, aber im Endeffekt geht es darum, eine authentische Dokumentation der Sachen zu machen, die wir da erleben. Ähm, ein Zitat von mir. Ich habe unglaublich Bock auf dieses, auf diese krassen Abenteuer. Es wird alles anders kommen, als wir uns das vorstellen. Und wenn ich eins gelandet habe in den letzten Jahren, der Schlüssel zum Erfolg ist Anpassungsfähigkeit. Ja, das ist halt wirklich so. So meineke. Der sich selbst nicht als Vollprofi oder Experte versteht, sondern vielmehr als Mensch, der einfach rausgeht und neue Dinge probiert. Und das ist mir auch ganz wichtig und das soll auch in allen Folgen so rüberkommen. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie hier der Vollprofi-Experte bin. Ne, äh, das bin ich nie, das wollte ich nie sein und werde ich auch nie sein. Äh, sondern es geht darum, ich probiere mich einfach aus und wenn was schief geht, dann geht was schief. Ganz einfach. Und ihr seid mit dabei. Dabei verweist er darauf, dass jederzeit die Möglichkeit besteht, dass Dinge auch mal schief gehen können und er und seine Begleit, äh, sein Begleitbody improvisieren müssen oder ihr Ziel nicht erreichen. Fritz Weide, wir erleben hier ein echtes Abenteuer und die Kamera läuft einfach mit. Und genau diese Sachen sind mir extrem wichtig und die Sachen sind auch komplett mit, ähm, der Produktionsfirma Discovery, dem Sender und was nicht alles im Hintergrund auch abgesprochen, ne. Dass es nicht darum geht, hier irgendwie einen Script abzuarbeiten und wir drehen ein paar schöne Bilder und erzählen irgendeine vorher diktierte Geschichte, sondern wir setzen uns ein Ziel, wir setzen uns eine Mission und dann probieren wir das einfach und zur Not müssen wir improvisieren. Und wenn mal was gar nicht funktioniert, dann ist das halt auch so. Ähm, genau. Und das war mir auch wichtig und da haben auch alle mit zugestimmt, ähm, dass ich hier nicht irgendwie als Bear Grylls zur Walde-Experte auftrete und allen erzähle, wie der Hase läuft, weil das bin ich nicht. Und, äh, fertig. Äh, das Discovery Plus Original wird im Auftrag von Warner Bros. Discovery für Discovery Plus von Borda Studios, das ist die Produktionsfirma, produziert. Und Executive Producer ist Axel Steckmeyer. Auf seinen Warner Bros. Discovery zeichnet sich Claudia Simcala. Ist bestimmt falsch ausgesprochen, es tut mir sehr leid, Claudia. Ich kenne, äh, die Jungs und Mädels von Produktionsfirma und, ähm, sende natürlich immer nur per Vorname, weil wir natürlich da auch ein, ja, äh, freundschaftliches Verhältnis haben. Und das ist mir auch sehr wichtig. Für das Projekt verantwortlich. Ähm, genau. Olivia hat den, äh, Artikel geschrieben. Hier gibt's vielleicht noch einen ganz kleinen Spoiler. Olivia ist Communications and PR Executive für DMAX, TLC und Discovery Plus. Na, ich sag mal nicht mehr an der Stelle, aber der ein oder andere ist ja ein schlaues Füchschen von euch. Das war's erstmal so von, ähm, meiner Seite, äh, zum Thema Discovery, äh, Plus, äh, Expeditionen weltweit. Ich, äh, gehe auf Tour. Let's go. Wenn ihr nichts verpassen wollt, auf dem Fritz-Meinig-Live-Kanal abonnieren. Ich würde sagen, das Q&A machen wir vielleicht sogar in einem anderen Video. Ich hab jetzt 13 Minuten ungefähr gequatscht zu dieser ganzen Thematik. Und, äh, es kann sein, dass der ein oder andere Fragen zu dem ganzen Kram hat. Deswegen machen wir das einfach auf YouTube in einem extra Video, oder? Auch mal ein bisschen Content. Ha, jetzt, wenn ich erstmal zweieinhalb Wochen weg bin, müssen wir auch ein bisschen Content auf dem Live-Kanal bringen. Und ich weiß, mein Bart ist schief, den muss ich noch schneiden. Also, entspannt euch. Ach, du Scheiße. Gut! Liken, abonnieren, Glocke aktiv. Ihr kennt's. Liken, abonnieren, Glocke aktiv.